Vincent Weiss, Alvaro Soler und Co. begegnen aktuell zahlreichen talentierten Kindern bei The Voice Kids. In den Blind Auditions können sie die Talents nicht sehen, sondern bloß ihre Stimme hören. Und das tust du nun auch. Wir spielen Guest the Singer in der The Voice Kids Edition. Erkennst du die Stimmen dieser aktuellen und ehemaligen The Voice Kids Coaches und Talents? Wir sind gespannt und starten sofort. Er ist in einer neuen Staffel zu sehen, aber wer singt da vermissen? Warum es vorbei ist? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars und ich merke, dass... Das ist Backstage-Reporter Keanu. Wie ich dich in diesem scheiß Augenblick. Er kennt sich aus mit The Voice Kids, denn Keanu war 2015 selbst als Talent dabei. Und erkennst du auch ihn? Das ist Marc Forster, der bereits fünfmal in der Jury saß. Und wer singt hier? Es ist Girls Like A-Star Zoe Weiss, die tatsächlich an der fünften Staffel der Castingshow teilnahm. Damals schießt sie in den Sing-Offs aus. Doch ihrer Karriere tat das keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Weiter geht's! Hier haben wir natürlich Alvaro Soler. Hast du ihn erkannt? Merke dir deine richtigen Antworten und schreibe das Ergebnis am Ende in die Kommentare. Nächstes Cover. Wer singt hier wohl Love Yourself? Das war easy, oder? Das ist natürlich ex The Voice Kids Coach Lena. Und wen suchen wir jetzt? Vor acht Jahren stand er noch schüchtern auf der The Voice Kids Bühne. Doch so krass und selbstbewusst singt Mike Singer heute. Und erkennst du auch ihn hier? Das war Max Giesinger, der in der letzten The Voice Kids Staffel in der Jury saß. Nicht vergessen, die richtigen Antworten am Ende in die Kommentare zu schreiben. Und wer singt hier? Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Vergesst, wer ich war. Na klar, das ist natürlich Steff von Silbermond. Jetzt kommt deine letzte Chance. Erkennst du diese Stimme? Das ist The Voice Kids Coach Vincent Weiss. Wie viele SängerInnen hast du richtig geraten? Schreib's mal unten in die Kommentare. Und gib uns ein Like, wenn du The Voice Kids genauso feierst wie wir. Zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir.